Hallo, hier ist Radio RTL vororts. Ich bin Mönchel Jakob und heute sind wir in Leipzig im Poundsdorf Center. Und auch dort werde ich heute die ein oder andere Rechnung bezahlen. Und mal sehen, vielleicht wollen Sie ja noch vorbeikommen, beziehungsweise vielleicht sind Sie ja schon am Einkaufen. Ich werde mich jetzt mal an die Kassen machen. Bis dann. Nicht weg, oben. Hallo, hier ist Radio RTL. Wir sind live im Poundsdorf Center und wir haben jetzt was vor. Es gibt nur drei Möglichkeiten, wie wir jetzt zu dritt ins Geschäft kommen können. Erstens, ich verkaufe euch eine total sinnlose Versicherung, die ihr nie im Leben braucht. Zweitens, du kriegst von mir ein Abo für eine Frauenzeitschrift. Ja, das brauchst du auch nicht. Und drittens, liest du vor, was hier draufsteht. Die Möken bezahlen ihre Rechnung. Jetzt die Bilder vergleichen. Bilder mit mir vergleichen. Ich bin nur nicht auf hier. Ah, es ist. Ja, ja, es ist, ja. Soll ich euch eine Rechnung bezahlen? Ja. Ja? Ja, nett. Das geht. Machen wir. Wieder einstecken in die Karte. Können wir noch mal mitnehmen? Na, dann muss ich zu spät. Dann will man das gut sein, die Möken. Was habt ihr denn gekauft? Ein T-Shirt. Ein T-Shirt? Ja. Na, der hätte ich an eurer Stelle nochmal geguckt, aber nur ist zu spät. Was kostet das T-Shirt? Das T-Shirt kostet 25,95. Geht doch noch. Wer möchte das Mikrofon halten? So. Da gebe ich mal 30. Bei dem Satz, wie der kommt, wie der heißt? Machen. Und? Stopp. Hallo. Nee, wir wollen noch nichts verkaufen. Glaub mir. Lies einfach vor, was hier draufsteht. Nee, danke. NoCop bezahlt ihr eine Rechnung? Ja. Jetzt darfst du dreimal raten, wer ich bin. NoCop. Richtig. Deswegen kannst du die Karte wieder wegstecken. Glaub mir. Cool. Glaub mir, wer du bist. Küril. Ja, Küril. Ja. Nach dem Team genannt? Nee, ich glaube, für mich gab es schon eher. Okay, alles klar. Und was habt ihr gekauft? Parfüm für mich persönlich. Dann darf ich mal erfahren, was es kostet? Ja. Es kostet 65 Euro. 65 Euro? Ja. Das ist aber ordentlich. Kannst du jetzt mal ein Mikrofon reiten, für euch? Ja. So. Hier nochmal eingelaufen. Da krieg ich noch was raus. 65 Euro für den Küril. Einmal Akkorab an. Guten Tag. Guten Tag. Machen wir es erstmal. Wir lassen das mal alles. 26, 28. Was? 26, 28? Das ist doch noch nicht alles. Nein, da kommt noch mehr dazu. Dann lass da mal das Geld noch stecken. Nee, das ist nur noch zusammen. Machst du? Ja, genau. Ja, mir ist es egal, wie wir es machen. Was haben wir denn jetzt noch gekauft? Wir haben noch einen Telefonkatz und eine Maus für die kleine Maus. Eine Maus für die Maus. Kleine Maus. Einen Traum. Was kostet? 114,98. Drei, drei, vier, fünf. Hier oben haben wir zwei. So. Moment, Moment, Moment. Können wir die Kamera nochmal rausmachen? Ja, weil wir bezahlen bar. Schönen guten Tag. Ich bin der Mirko. Hallo, ich bin der. Andreas. Andreas, und wer ist das noch? Neun. Lieber, ihr seid ein Paar. So, jetzt einmal vorlesen, was hier drauf steht. Ja, wir bezahlen ja. Mhm. Und? Sag das? Und? Ist das gut? Richtig. Richtig. Ich habe den Schloss nicht rasiert. So, was muss man denn bezahlen? 295. 295,2. Das geht aber. Oder? So, ich will hier mal in die Mitte kommen. Ja. So, eben mal halten. Stellen wir schon mal hier rüber. Wie viele waren es? Die Mama hat es heute klein gegeben. Deine Mama gibt Felix noch. Und? Jetzt noch 60. So. Was haben wir denn gekauft? Ein Fernseher. Schön, für das Auto? Schön. Trafer? Wann geht es wieder los? Montag. Montag.